herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge änderte ganzen denn war ja gestern so was von erfolgreich also das kann ich gar nicht zugestehen 33 anläufe benötigt aber trotzdem hast du die vergangenheit schon mal mit dem piloten abgeschossen richtig dein erster erfolg und dann noch so ein erfolg also ich bin hoch auf begeistert wird direkt mal die strafgefangene nehmen ja okay und dich mitnehmen ist ja natürlich überhaupt ich will auch der apfel sein darfst du ich habe gerade irgendwie gedacht ich kann irgendwas anklicken aber ne geldbeutel kann ich nicht mitnehmen das auch das raumschiff ist da von ihm stimmt dann hat vielleicht jeder einen anderen abschuss weil er der pilot ist genau da gehe ich davon aus irgendwie okay dann habe ich angst auf jeden fall können wir hier drüben unsere trophäe jetzt holen von unserer jagd sieht aus als wärst du fertig eindrucksvolle vorstellungen deine waffe hat sich so schön hat so schön gesungen dass ich eine ballade daraus machen werde doch es gibt noch viel zu jagen es gibt credits die schleime gegenseitig ewig eingebunden werden die schleuder freigeschalten ja liquidiere 50 und kehre vom blut des feindes durchgetränkt zurück was welche immer noch so nach der erinnerung an 25 50 blubulon blubulon das wären die roten blubbies genau da ist er wieder ja hast du recht aber vielleicht jetzt vorher ansprechen nein was wieso schon wieder ach komm ich will jetzt wirklich nicht mit dir sprechen sorry ich bin dabei das muss einfach immer machen glaubt er ist ein running gag oder so vermute ich mal ja sie sieht schon irgendwie cool aus so ein bissel mischung aus magneto und captain america majestätisch eindeutig aber 21 credits nicht schlecht dann lasse ich erst mal das leben forschungskanonne nanomaschine und eine sonnenbrille coole sonnenbrille ja schon jetzt gerade war ich glaube nicht die nanomaschine ja ja also gut mit einem kreuz wird sich geben wenn man links den troll die man alle erkaufen müssen älter schwede es wird noch so viel wir haben das alien da noch einiges aber gut erst mal wieder an die strafgefangene gewöhnen dass wir sinnlos sachen in rauben werfen können ich würde mal interessieren womit wir dieses abkostüm freigeschalten haben das war ja auch immer irgendwann da na weil das war doch nachdem ich dich abgeschossen habe und dann gegen dich gewonnen habe ja ok es kann sein ja klar warum nicht ich wollte mehr schaden machen war ja peinlich was auch lustig war dieses schild hier gerade hier war rot dann habe ich es angeschossen dann war es grau ok also wie dieses dieses rüstungs schild was du bekommen kannst in der einen ebene ja hier sind zwei alles gut komm auf deine seite noch zwei die so schnell schießen ja eben natürlich auch zwei vögel bei mir unten ist auch mal noch sehr gut irgendwo ist auf jeden fall ist noch eine bombe da musst du aufpassen da unten kommt sie ok dann ist oben noch was glaube ich muss oben ist noch ein uiuiui sein ja und den habe ich auch recht schnell geklärt das ist auch mal die nächste kiste machte zum glück ein schaden das wusste ich deswegen hatte ich jetzt auch keine anstrengung gemacht ich werfe wir haben immer noch den erfolg nicht um das für 500 euro machen ach darum ging es ja die ganze zeit ja ich darf sein muss mich immer noch ärgern das stimmt was ja das meinte ich ja dass wir da zwei sachen bekommen ja dass wir daran gewöhnt das item oder einzusetzen da sorry was denn ja dass die kamera sich so festgehalten hat alles gut also mit meinem gegner gespielt rambo 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 noch mal oder sowas um mutiger was ja irgendwo dort noch was dann irgendwas erinnert naja 8.0 t dann ja gut wir brauchen ja nicht wir gucken einfach was wir freigeschalten haben genau macht das mal die schleuder nimmt an der schießerei teil die nanomaschine und ich bin daran das war ein passiv item eigentlich das war auf jeden fall in so einer passiv item kiste also einer passiven kiste naja ich finde schon dass diese shop items wenn die jetzt in so einer länglichen kiste drin sind die breiten kisten sind aber waffen kisten genau und die kleinen mit dem frage mit dem ein fragezeichen drauf sind doch passiv oder eben aktiv items genau und das war ja dachte ich eine waffen kiste also aber kann mich doch um ja okay das kannst du wirklich dann werfe ich noch mal wütend ein paar kisten um ja sehr gut t ist auch eingegossen sieht lecker aus das ist überhaupt gemacht persönlichen granatapfel orientalisch so gedacht mal was exotisch das ist so schön ich habe mich noch jetzt nicht wirklich ja warum ich ob sie irgendwo soll dann auch gut glück oder ist ja es war irgendwie so ein kanal gehen da haben wir ein achievement wenn wir hier schaden bekommen das ist super ist es so schön wenn man hier schaden trägt ja ich will haben ich will haben ja ist ein tolles im ballon zusammen oder ja ich bin ein ballon im ballon mit einem ballon okay wenn man eine blaue kiste kann irgendwas vibriert also noch ich die tür aufgemacht hast du unten gut dann gehen wir weiter kiste braune kiste trotzdem überlegen vielleicht den schlüssel zu kaufen so hier ist auf jeden fall das wasser also das wollte ich eben vor uns sagen was denn ich habe nicht darauf geachtet wo das wasserfass ist auch so ich auch nicht ich brauche mir gerade irgendwie egal so arm in die breche geschickt das heißt müssen auf jeden fall zum nächsten zu unserem kumpel gehen zum shop na genau ist jetzt sein arm wieder haben gott wir sind echt gut unterwegs mit dem schiefmann sagen wir sind aktuell wirklich bombenfass achtung so ist jetzt bist du was mit dem was kommen wir mal holen das wäre am anderen land ob man das wirklich mal so lange gänge dabei wurde sie wirklich denkst du was soll das genau so einfach nur das ding runter lassen können das wäre zu leicht gewesen das wollte ich immer mal haben gut das haben wir noch nie wirklich genutzt oder also kriegst halt immer muni wenn du was tötest ja dann holt ihr das doch oder ich würde sagen dann die eine kiste kann man sich ja wohl die blaue und die eigentlich müsste ich das nehmen ein bekanntes gesicht kann das gesicht schauen wir uns doch mal an chance auf heilung wenn geld ausgegeben wird das wird zuerst holen sollen ja 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 war eigentlich dieser schnurrbar das stimmt die man nach oben gucken ob da wo wir es machen ja auch nicht okay dann zum brust ja alles im boss machen dann kommen wir mal schauen ob wir was an längst überhaupt überhaupt ich glaube nicht mal was nicht fliegendes galling gold rennerinnen springen was auch immer sehr gut das war sehr wichtig danke 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 sind so nahe eigentlich doch eigentlich immer diese nachkartenattacke die er macht aber wurde schon getroffen also brauchst du keine gedanken mehr machen ja und trotzdem kann man sich ja die Flanks zumindest in der Hinsicht aufheben dass er vielleicht doch noch ein geheimraum irgendwo findet hinterleiht zu uns naja er stirbt das feuer hat am anfang so viel schaden gemacht ja auch ich dachte schon naja die die dinger sind ins wasser gefallen da kam sie aber bei uns wieder ja das war es gestern oder beziehungsweise in der letzten folge schon so gewesen wo ich halt auch meinte ja kann ich sagen Patronenrucksack nicht die Strahlen ach Protonen ich hab Patronen gelesen ja dann sag mal was an der kleine Raum dort finde ich interessant links ach na das würde ja von äh Ghostbusters die Waffe sein genau ja oder ne ja dann port ich irgendwo andersen dauert er nicht sein hier könnte er sein im Endraum wird er nicht sein unten am Shop nach unten ja da will ich halt nicht schießen ja sehr gut ja mit Schlossauber dann zerschießt weil wegen Mimik na gut ne wegen explodieren dauert ein halbes Herz bin abgestürzt bin abgestürzt naja full AP so easy du wurdest noch nicht getroffen Mensch du hast doch jetzt ein ein ich bin der Apfel also naja gut das sowieso der Apfel wird nicht getroffen Apfel ist gesund das habe ich ja auch schon mal gesagt Apfel ist immer gesund aber ich wollte ja sagen jetzt nach deinem letzten erfolgreichen Run wirst du halt jetzt nie wieder getroffen richtig du bist jetzt auf so einer Euphorie Welle Euphorie Welle du bist jetzt auf so einer na der Bro Spieler bist du doch schon immer ooooh ich bin gespannt wie die Schaden die Waffe raus drückt boah hast du gesehen die zündet an der Hammer oder 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 die ist zielsuchend die drückt halt übelst zurück du bist zielsuchend du bist zielsuchend ziemlich geil kannst du halt sinnlos rumrennen das Ding quer über den ganzen Raum halt schöne Streuung kam der lange Arm des Apfels das Buch befreit das Buch befreit es geht halt um die Ecke was irgendwie so geil ist ja der Hälfte daneben geht ich muss näher ran ich habe ja auch erstmal die Wand tapeziert ja der war irgendwie komisch Angst ach so der riesige Raum ja ok wenn du Pech hast dann geht das Ding auch einfach gegen die Wand weil es der Meinung ist ne ich will einen anderen Gegner treffen genau ja gut das ging gesetzt so da sind die Scharfschützen und da ist jetzt wieder irgendwo ein Typ der bufft gespawnt wir können gerne aber ne lassen ab'n tot ok ja hinterhalt er hat sowieso auf mich gezielt ja nur deswegen huiuiui was hab ich gerade reingerannt oder was ne ich habe außerdem geblankt ja mach ich auch öfter lieg im Bett zack beide Kontrollsicht drückt das ist ja mal verkrampft so die Schleuder da ist er oder Ring des Katograben Schleuder das klingt erstmal interessant weil die hat man noch nie das stimmt das garantiert so eine Waffe so One-Shot mäßig oh naja aus der Absicht naja dass das so an dem Balken hängen bleibt war jetzt nicht so geplant aber naja kann ich es mir nehmen oder willst du es nehmen ne klar nehmt du ich hab glaub noch irgendwie 400 Schuss oder so na gut hier sollten wir vielleicht kurz warten ja die Schleuder oder garantiert so sein so ein Stein sowieso David gegen Goliath müsste große Gegner sofort töten ja aber was es an Schaden macht wer halt nur sand naja tötet sofort instant kill Boah durch diesen Strahlen siehst du teilweise die ne ist er ja die wieder siehst du oh Gott die schüsse nicht ja die schüsse nicht ich könnte mich grade nicht articulieren war einfach zu anstrengend ich hab's gemerkt es war witzig die ne ja ich dachte schon dass irgendwie so einen schluck heißen Tee genommen oder so das war aber Pro gewesen älter tschüss das war auch immer ein Flugapfel ich hatte gedacht dass ich es noch schaffe wegzututschen aber ne da ist es aber 50 ich weiß ob das jetzt schon als einmal gezählt hat also ob die kleinen die Blobys sind oder ob er jetzt wirklich 50 von den großen besiegen die zählen mit wenn du es nicht brauchst ja ich hatte ja gerade das wieder aufgefüllt das ist der Schießer das sieht man doch schon sooo ist es die Frage ob du die Schleuder haben willst eigentlich würde ich lieber die Schleuder haben also wir können ja auch noch mal gucken was es kostet das könnte ein ziemlich schwieriges sein 30 die Schleuder war 40 42 oder so ja also das könnte man schon schaffen geltlich eventuell ja stimmt huiui ja das dahingestellt das war nicht nett wer diesen Abgrund dahingestellt so spontan da vergessen ha ha ausflipmodus achso weil du Tücher umgeschmissen hast alles klar 400 also wir müssen noch 100 Tücher umschmeißen siehst du ich bin richtig am ausrasten zur Zeit 2 3 4 wir schaffen das in dem Run doch los 100 Tücher sooo ne erst mal nach links weiter ich darf gleich meinen Molotov wieder also hm sei wachsam weiß ich bescheid dann stürme ich diesmal nicht vor naja in dem Raum nicht das lohnt ja 5 6 ojee nachladen ja jetzt kann ich es nehmen oder ne ja ach hey boss ich würde sagen eine Kiste fehlt noch glaube naja guck mal jetzt haben wir 70 also jetzt war das fast schon reichen ja dadurch dass wir ja nichts gekauft haben in der letzten Ebene und du haltst ja eventuell du es kaufen wir gehen durch wir hätten dabei alles passen boah wurde getroffen wurde von dem Fass weil er auf ehemal umgelenkt hat und anstatt auf den Gegner aufs Fass gezielt hat läuft stand einfach mal direkt vor ihm und hab voll das Ding in die Fresse gekriegt das war ein Molotov nicht vergessen ok du hast es nicht vergessen spawnt leider nichts drin haha doch aber er teleportiert sich rein ja nicht in Folge spawnt da muss ich mich jetzt rein teleportieren da läuft mit der Muni Mensch also da drüben ist ein Spezialraum ja ein Altar ein mancher ein mancher ok wir haben keine guten Waffen genau das geht noch weiter das heißt ja was das heißt ja was das heißt wenn wir das Schwachsinn vom Boss oder so bekommen das stimmt dann können wir mal die Schrotflinte eventuell aber die ist zur Zeit noch recht praktisch zum Raum klären ja neutral ist meine ach will ich mich ach will ich mich doch mal das ist ja nicht das ist die Frage Achtung hier ist noch so ein Fass was hat mich getroffen und das ist einer ok er ist dort gespawnt du machst das oder ja ich hab so ein bisschen spielen weißt du ach so mit dem Blablons ja ja ach ok Mensch mit Schlüssel und Kiste und Blank du ein Herz na dann deine ja danke das ist ein ganzes so vorher nice wir haben eine grüne Kiste und wir haben eine grüne oder blau blau weiß ich nicht mehr grau braun dann können wir ja was warst du denn kuba düne Prototyp oh das war nicht die 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 übes Großschuss hatte oder so bouncing ah das war die kann lustig sein da ich ja letztens erst mit meinem bouncing Ding so lustig gewann hatte aber hast du jetzt irgendwas mitbekommen dass du jetzt eigentlich hier was synthetisierst was meinst du na oder sehr schön na dass du Muni wieder kriegst durch irgendetwas ach so nicht drauf geachtet du kriegst ja beim killen wieder das heißt wenn ich höre sozusagen genau wenn ich kille kriege ich wahrscheinlich eine Muni wieder wieso laufen wir eigentlich na warte nein weil ich zum shop will und der ist ja gleich hier warum laufen wir weil ich zum shop will und der ist ja gleich hier also teleportieren können ja genau und das kannst du natürlich noch bei dem typen spielen dann spiel ich noch lass uns ein spiel spielen dann können wir das gut vielleicht kriegt man so einen Schlüssel aber stimmt bei dem müssen wir auch noch mal alles schaffen ja ich habe im ersten mal wo ich das probiert habe ich es geschafft und dann haben wir es nie wieder das stimmt so jetzt muss er natürlich auf anhieb so spielen dass man hier schon mal irgendwas kaputt macht glaube ich ja ist aber echt schwierig das war cool so oh oh der winkel ist eklig das könnte aber klappen ja muss nur warten bis er wieder vorne ist in der richtigen position ist steine wie die in verschiedene richtigen gucken schießen nicht auf mich schießen an den anderen ja ich gebe dir einen hinweis genau auf den ja genau auf den musst du schießen so und da ist wieder ja genau die ja und das trifft wenn er da ist ok ok ja so und da musst du jetzt genau rechter winkel eigentlich also genau 90 grad ne oben in die ecke 90 grad ach hier ja gerade gerade kann ich doch nicht weißt du doch ja oder so halt wow wow trick shows nicht schlecht nicht schlecht lachsauge hier dein preis das ist natürlich echt der hammer also es sieht aus wie deine waffe bloß in groß drachenfeuer nice keine ahnung ob die gut ist aber jetzt haben wir ziemlich viele waffen kannst du noch mal kurz die andere waffe zeigen weil ich bin der meilen sieht genauso aus ja hast du recht also ein bisserl zumindest ja willst du direkt kaputt machen oder was ja ich hab so will gefangen was ich mal noch testen will ist die bevor wir rein rennen also wie man so ok loading aufladen das sieht so geil aber auch unten in dem kleinen vorschaufenster aus schaust er aus ok die minute medusa jetzt keinen schaden erkennen können schaden ist gut ja nein ja alter irgendwie mal daneben schießt das eine verlor sorry übrigens geht doch nicht immer zu mir aber ich war schon da ich mich so komisch gedreht hatte war ich so verwirrt von meinem strahl aber ordentlicher postkiller muss man sagen wenn man dann noch was cooles dazu bekommt was haben wir denn hier verliest taucher 20 dann kannst du ja fast hoch rein ja schon einfach mal nehmen jetzt haben wir sogar das vorn was man eigentlich mal haben wollte das vorn was ich eigentlich mal holen wollte ja eins ist vorn zauberhorn die pflicht ruft ok was macht es dieses horn ertönt werden alle in der nähe zu Hilfe gerufen dass sie betürzt es gibt seltsame widersprüche im verhalten der geschosslinge ursprünglich hielt man sie für herzlose tötungsmaschinen aber oft nehmen sie auch unbekannte aus unbekannten gründen eindringle auch gefangen außerdem gibt es hinweise dass sie einer einfachen religion folgen vielleicht kann man doch eines tages mit ihnen verhandeln wird so sein denke ich na gut dann wird er mal doch schon besser sein oder willst du es nehmen ja auch nicht ja naja das leben ist schon cooler das wiederbeleben denke ich ja war noch was eigentlich nicht geheimraum haben war da der mancher falls irgendwie was manchen willst schwierig könnte aber für was sind halt alle voll ja willst du noch irgendwas haben nö also also ja ich würde eventuell was nehmen später oder was ja da ich jetzt vielleicht was zum raumclearen nehmen weil die waffe hier ich weiß nicht ob die jetzt gut beim boss war oder nicht aber sie verwirrt auf jeden fall naja ich könnte dir den prototypen geben ja zum beispiel das würde ich ja dann trotzdem eventuell das eine ding jetzt erstmal zum raumclearen weiter nehmen das hier eventuell findet man ja nochmal munition ansonsten hast du es halt einfach zum raumclearen genommen und fertig das war's gut ich habe auch noch 125 das ist ganz gut das ist ja irgendwie ja schon aber so töten wir die und dann kann er nichts mehr verstärken die sonne ist halt eben noch da die töten wir schon irgendwann jetzt können wir runter gehen jetzt können wir runter gehen jetzt können wir runter gehen leer top schön gesprengt bei ihm auch ist schön der macht keinen drückenschaden die sonne wusste ich auch nicht war das knapp alter wuss wo kam der her von dem pilz die schüssel ging doch dann auf dich zu irgendwann ach so ja ja ich dachte die bleiben nee diese ok ich wusste auch nicht wo es runter kommt aber ich musste es drücken das war ein schalter diese schwebenden schüssel fliegen dann irgendwann in deine richtung alles klar jetzt sehe ich es erstmal die bleiben halt so ein bisschen die ganze zeit stehen genau und irgendwann fliegen sie doch eh mal los das ist halt übelst fies bei denen ja ne ich dachte der kam irgendwie von der kam halt von rechts und ich dachte mir war das jetzt ein bouncender schuss oder sowas oh ne das war feindlich naja das war bitter einfach nur stand genau in dem fadenkreuz drinnen sozusagen Achtung Achtung der Schuss da warum schießt du drauf ich walte auf den geschosslingen dahinter das war so wie ich hab dich gewarnt na ja ich hab schon deswegen so ein bisschen das gesagt aber dass er natürlich genau ausgerechnet mein nächster schuss genau da drauf geht das war auch nicht geplant fuck you keine sorge ich kann nicht wiederbeleben ja schön schön für dich ich werde mal eine andere wache ausprobieren mal gucken was die so kann das ist auch ein feuer ich wollte gerade überlegen ob ich schieße aber dann dachte ich mir so ich hab bei uns eine schüsse smart garantiert die truhe kaputt wenn ich das im richtigen winkel erwische oh das mpc vielleicht sogar cotton man mpc dein kumpel mpn 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 Los, da kippt einfach den Tisch um die Sau. Aber schnell tot. Ja, können wir auch immer mal wieder deinen Molotov einsetzen. Ja, gegen Geister ist jetzt nicht so nützvoll. Nützlich, nützvoll. Nutzvoll? Wir gehen zum Beispiel. Meine Deckung so stört. Meine auch. Top. Ich mache hier Scharfschütze mit mir auf Gang. Ich bin Ausweich King oder sowas in der Art. Ja. Hast du gesagt, Scharfschütze. Hast du das abfüllen? Ja, wenn ich da. Ich wünsche dir die wieder. Weil, wie gesagt, wir kriegen so viel Muni gerade. Das ist vielleicht das. Der Munitions-Synthesizer, dass wir übelst viel Muni bekommen. Das kann natürlich sein. Das stimmt. Ne. Ne. Ok, wohl nicht. Hier ging es doch nach unten gleich weiter. Ah, ne, ja, da reicht's. Nein, den konntest du nicht mehr drücken. Wollt's drücken. Uiuiui. Piss. Also, wie gesagt, ob die Schuss achten. Uiuiui. Wer bist du denn da unten? Oh. Noch so ein... Oh nein. Peinlich. Das ist auch ein halbes Leben übrigens. Ja. Kommst du trotzdem mal mit? Ja. Ich muss doch das Wasser aus der Grund warten, bis das Ding vorbei ist. Nein. Musst du nicht. Kannst dich voll in den Strahl werfen. Habe ich auch gemacht. Hat funktioniert. Zählen die auch zu den Blobilons? Du hast ihn direkt getötet. Oh. Oh. Alter, wie ich den Schuss von unten aus gemischt bin. Das war übelster Zufall. Oh, es sah cool aus. Puh, sorry. Alles gut. Schon wieder, Muni. Kannst du nehmen. Ich schieß eigentlich noch meine Waffe leer. Ok. Achtung, jetzt gibt der Boden. Ach so. Alles klar. Ja, die Laserdinger, die haben es mir irgendwie in dem Run angetan. Ja. So, hier ist irgendein Spächerraum, wo den Schlüssel brauchst. Da ist der Schock, wo die Schinken kommen. Hab den Abgrund. Oh, ne. Ich hab's erwischt. Wie bitter. Soll ich dich so wiederbeleben? Kannst's machen. Also mit dem Item? Ja. Also mir ist ein Schlotter übrig geblieben. Ja. Und der hat das Drachenfeuer. Ist natürlich sehr lustig. Der Boss. Was? Damit kann man sogar fast leben, ne? Ja. Boah. Das geht nicht, übrigens. Ich wollte es noch mal testen, aber ja, du hast recht, das geht nicht. Das Drachenfeuer hebe ich mir trotzdem fast für den Boss auf. Achso, ich häng da hinten. Und die Sling? Auch. Einen Raum. Yay. Aber müssen wir nach oben. Ja, eben. Reicht ne normale Rolle. So, 64. Mit einer Dornenrüstung. Oder eben Schlüssel. Hast du entscheidend. Dornenrüstung! Dein Körper ist deine Waffe. Gucken wir uns mal angucken. Hä? Höhen Schaden der Ausweichrolle erheblich. Die Ausweichrolle macht Schaden? Also macht sie Schaden. Alles klar. Schlüssel haben wir leider nicht. Also dass wir mehr oder weniger sowieso generell jeden Schaden machen können mit der Ausweichrolle. Interessant. Ja, dann lass mal Kisten zerstören. Ziemlich oder weg zum Kisten zerstören. Wo ist denn die zweite? Bin ich blind. Eine war da. Lass dich nicht aufgemacht. Hier nach rechts, nach rechts, nach rechts, hoch, da oben. Das ist die zweite. Mich hat nämlich keine aufgemacht. Achso. Ja, wir können gut sie. Len. Sie. Len. Sie. Len. Len. Ok. So, wir haben ja auch alles erkundet. Da können wir dann mal zum Mapman schauen. Aber erlauben glaube ich gar nicht. Ich würde es erst nach dem Bosskampf machen. Warum? Naja, dass wenn es wirklich schief geht, kann man sich trotzdem in die nächste Ebene teleportieren. Hoffe ich. Haben wir ein Glück, Mensch. Ja. Wobei, nein. Mapman bringt dir nichts. Du hast da nicht reingeschaut. Achso. Na dann. Na, so ein Mist. So gern angesprochen. Ich würde trotzdem mal Drachenfeuerbund was probieren. Ich würde es das Ding einfach nehmen. Das ist, denke ich, nicht ganz so verwirrend. Achso. So. Also genau. Das nehme ich. Ah, sorry. Das war. Ich lebe. Mein Fehler. Nö. Was schon? Fuck. Das war mein Fehler. Das eher, ja. Das war meine Rüstung. Nicht mal ein Blank, leider. Hatten wir schon so viel Schaden gemacht, das Drachenfalle, oder? Ich denke, du auch mit. Dann das aber nochmal angezündet ist. Nicht schlecht, du so. Ja. Schon. Klar. Trotzdem kacke. So ist es nicht. Warte mal. Vier. Blanks. Huiuiui. Stimmt, die hätte man vielleicht auch mal nutzen sollen. Hm. Das ist immer so, man ist dann so selbstbewusst mit der Waffe, die man hat. Ja. Aber macht dir nichts draus. Ich hab mein Boss auch nicht, mein Run auch keine Boss gefloor ist, sondern hab's trotzdem geschafft. Ja. Und dann? Komm dir mein Herz mit. Das ist doch eine normale Killerwaffe. Eine Killerwaffe. Ja. So wie du nicht haben willst. Kalt Junge. Dann befreien wir den MPC. Mal wieder. Ja. Und dann muss man halt einen Geheimraum finden. Vielleicht haben wir da einen Schlüssel drin. Das stimmt. Ich hab ihn gefunden. Wieder mal. Ich weiß nicht warum du das getan hast. Aber bitte tu es nicht noch mal. Jetzt muss ich los. Weg herausfinden. Das ist was ich selber schon mal gesagt hat. Tschüssi. Nee. In einem kleinen Raum waren wir schon. Ja. Beim Shop wieder mal nach unten. Guck mal. Oh ne. Geht nicht. Sonst nur die Map richtig angucken. Wo sind irgendwelche komischen Kanten, die zu einem Ausgang führen könnten. Das könnte der Fall sein. In der Tat. Also irgendwie. Na da nach oben eigentlich. Ja. Ne links 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 links. Wunder. Da. In dem. Wobei. Da ist der Platz zu klein. Ja. Es muss halt irgendwo. Hier in dem Raum eigentlich. Irgendwo hier so. Ne. Hier schon mal nicht. Hier auch unwahrscheinlich. Hier dazwischen. Auch unwahrscheinlich. Ja das ist zu klein. Ja das stimmt schon. Das hättest du schon gesehen. Sag ich jetzt mal so. Hier meinst du. mal hoch mit dem Raum'melchen. Jetzt gehen wir da rein. Alter ja. Le süß. Ja da ist auch nicht. die schießt relativ schnell ja gucken wir hin doch ein passraumer kurz doppel shot macht so naja dann mache ich mal noch zwei räume den drunter shop selber vielleicht doch nach oben oder hinten ist hier auch nach rechts okay hätte es irgendwie nicht erwartet ja ich gehe mal schade gut haben wir auch trotzdem gefunden ja und man kann man nicht ansprechen mit männern in männern in männern bräuchte es halt noch irgendeine energie mit dem mit der schleuder so von wegen beim nachladen ja noch so ein schuss genau so was oder double shot hat man auch lange nicht an schaut wer sehr nice so eben die hier nach hinten angeklebte pistole die würde nicht so viel bringen glücklich verfolgt es ist nicht süß nein es ist nicht ist ein knockback habe ich das gefühl schmeißt doch mal die schilderung war nicht auch gerne dabei durch ein bisschen noch weg das gesenkt oder ist eine rüstung von der rüstung verloren die typ tot ja huiuiui ich bin immer oben und schiebst auf mich also ich bin so gut überlegt ich darf einfach mal so stürmen vielleicht sollten wir in die andere richtung stürmen vielleicht sollten wir einfach oben lang gehen geht doch so ganz so schwer frage ist ob die dazu gehören zu den blobs haben wir sehen vielleicht haben wir jetzt also gut da kommt ja sowieso dann die benachrichtigung die ganze ist witzig also die scheint offene schaden auch rauszuhauen ja das war ein beschwörung doch so wenn man um schwörer zu sein dann lasst doch mal andersrum gehen ausruf ja wenn der beschwörer ja immer irgendwelchen mist spawnt da so wir schieben können während der unbeschwörten so das war auch so mensch das war ein schneller Raum auch so nötig wie ich Geld und dafür bekommen es ist noch das ist doch tot Das auch. Huch, du lebst ja noch. Also, genau du. Ich hab einen Tod. Uiuiui. Ich konnte nicht weiter rennen. Huch. Ich konnte nicht weiter rennen, weil es Pilzeende war. Und zum Glück ist es aber dadurch dann genau um mich rum geflogen. Hat mich nicht getroffen. Sau komisch gewesen. Das sind aber auch gerade komische... Das Ding, das hat so viel Knockback. Du kannst halt irgendwo reinrennen. Das schiebt halt alles einfach mal zur Seite. Dort irgendwas. Schaffen sie. Hast du im Invisier? Ja. Drei Schuss. Aber irgendwo ist ein... Ja. Ach so, werden die Hälte noch entstanden. Was schießt ihr zurück? Ach so. Bounzend. Oh. Ich dachte, der geht auf dich. Dachte ich auch. Aber irgendwie dich im Visier. Ich brauchst mir auch. Oh, was? Bin gerade auch richtig schlecht, muss ich mal sagen. Also... So ausweichend und sonst was. Womit ich sonst immer glänzen kann. Ist gerade irgendwie nicht so mein... Freund. Meine Charge. Aber ich bin hier... Aber ich bin hier... Aber ich bin hier... besser... Und da bin ich hier... Ich bin hier... Ich bin hier... schlüssel würde ich erst mal legen lassen dass man noch was im shop kaufen kann ja auch falls es zwei coole kisten sind oder so jedenfalls wiederum was ich noch weg das war doch nicht wirklich dass ich da überhaupt von nichts getroffen wurde ich hab den genau eigentlich deine richtung geschoben ausgesehen genau das es war jetzt nicht so wirklich beabsichtigt aber dadurch dass so einen großen knockback habe und der mir zu nahe kam das finde also dann kann auch mir zu nahe kommen ja also das ist ja quatsch dass er mich angreift so million den leckeren apfel beißen hat er gar nicht gedacht mensch der sieht genauso aus wie ich muss ein kumpel sein ja cool das ding in der mitte schon tot gemacht am anfang das ist auch übelst drauf geballert ja der raum ist cool aber wurde echt von dingen getroffen das war unnötig da in der muni eigentlich ist schon die bauen sind die schießt ist genau finde ich und dass wir den bounce ist gar nicht so verkehrt schieb mal ist groß zu dir direkt war ins gesicht geschossen an mir gespawnt und hat mir einfach ins gesicht geschossen aber hey wir sind sehr synchron was unsere leben anbelangt mhm das ist aber nicht positiv ist es nicht so das unten geschossen ja das nachladen dauert bei der noch ziemlich lange aber was soll's die welche sowieso nicht so zum pass verwenden eher die ok unten ja hui kommschlüsse spring dort roll und noch schaden beim deutschland nehmen musst du nicht doch doch stimmt ja wenn dagegen dort müssen noch da sein darin doch sehr gut so schlüsse haben wir noch keinen oder ja wir haben einen aber wir waren noch nicht im shop wir haben noch keine npc gefunden also irgendwie wir haben noch keinen zweiten zweite kiste gefunden steht alles noch aus bisschen schon mal außen rum rennen wollen oder so irgendwie sein das ist der einzige gegner das war so dumm davon getroffen worden zu sein rechts oben kommt noch so ein freund von dir so ja ich hatte noch 100 von 600 also du schießt ziemlich schnell die munition weg das ist mein tod noch becken geht zu dir sehr nice ein amulett ach das soll ja hier pit also gruben först kein fallschaden oh jetzt kann ich mich überall rein stürzen ja endlich für dich wenn du mal wieder in so einer falle stehen die haben wir lange nicht mehr gesehen das ist so der raum ja soviel zu dem thema genau der raum die wussten dass der kommt haben gedacht mensch wenn der raum wieder kommt der braucht dieser amulett dann geht es hier weiter soll ich es mal testen das war eine falle kannst du machen ja ich krieg keinen schaden davon das ist so schön muss ich gleich noch mal reinspringen oder was ich muss es euch beweisen dass es geht und nummer zwei ich habe alle wände alle wände getestet ja vielleicht sollte ich das nächste mal bei den typen schießen aber du hast ja geschafft also gibt es nichts dagegen zu sagen ne ist irgendwo ein beschwörer die können sie eventuell mit deinem andotschen sofort töten ja mach ich aber müssen sie nicht provozieren ja aber normalerweise haben wir den ja immer zweimal gebraucht um die anzudotschen mhm und jetzt brauchst du halt eben auch einmal 39 ist nicht wirklich viel die karte wäre interessant 45 für ammo 38 52 mhm würdest du einen schlüssel für 38 nehmen ja und die zwei kisten öffnen genau vielleicht haben wir ja glück und haben passive items drin das wäre sehr nice irgendwie ein herzkontainer oder so für dich wäre ziemlich cool ja das ist ohjeje achso egal für mich nicht achso du hättest sogar da oben stehen bleiben können wahrscheinlich das hätte gereicht also ein herzkontainer herzkontainer mensch herzbrottdose da erstmal schlüssel rein ja da da dann haben wir den unglücklichen raum wo ist er denn gewesen wo hier unten glaube ne rechts oder rechts ja da oben da oben unglücklicher raum da wenn du auf die karte guckst links achso mhm sad so sad aber keinen geheimraum besetzt bei den spezialräumen ne da colt magnum 5 oder 6 na gut dann auf zum boss ich gucke mal was ich jetzt nehme wahrscheinlich schon die schleuder das könnte gut sein wenn es vielleicht an der mauer ist es nicht ooooh da nehme ich das drachenfeuer ich wurde so gut getroffen wie du bist das denn schau da meine raffen hingelegt das finde ich somit die schlimmsten gegner überhaupt ganz ehrlich die sind echt eklisch obwohl diese die form jetzt geht die die schüsse sind schön langsam das ist in ordnung finde ich wenn die dich auch verfolgen genau das haut doch mal ab macht eure genau das kann man auch ordentlich berechnen wir sind bloß nicht ins gleiche die gleiche kammer deswegen ich war oben du hast dann unten doch geteilt irgendwie ne jungs also leer klasse ne ich hab drei waffen rausgelegt interessant 3 waffen ja oh ja ja siehste schlau nein hau ab uwu ich hab's ah scheiße ja oh nein wir brauchten seit langem auch mal wieder so eine Folge bin ich der Meinung mein Windstreak he 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 und es war aber nicht ich ah ne die Vergangenheit verfolg dich aber das fing schon den ganzen Run so an also es war aber echt scheiße drauf muss man sagen aber na gut das nächste wird besser Benny hat gesagt, das müssen wir wieder haben und es war auch so und wir wünschen euch trotzdem noch einen traumhaften Tag und sagen euch bis zum nächsten Mal, ciao! Bis zum nächsten Mal.